Namaskaras Siddhasana ist die Ehrerbietung in der Stellung des Vollkommenen. Nimm Siddhasana ein, indem du eine Verse ins Perineum gibst, also zwischen Hoden, Sarkun, Anus oder Frauen, hintere Teil der Scheide und die andere Verse ans Schambein. Dann falte die Hände, so wärst du in Badahasta Siddhasana und dann gib die Handflächen zusammen vor dem Brustkorb und so bist du in Namaskaras Siddhasana. Bevor du anfängst zu meditieren, zum Beispiel in der Siddhasana-Stellung, ist es gut, einen Moment die Hände vom Brustkorb zusammenzugeben in Ehrerbietung vor der Tiefe deines Wesens, vor der ganzen Schöpfung und dem Göttlichen überall.